Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Lightroom Tutorial. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Stefan und heute geht es mal wieder um eine komplette Bearbeitung in Lightroom. Ich möchte heute genau dieses Bild hier, was ich damals in Kreta gemacht habe, ich glaube, das hieß Blaue Lagune, wo wir da waren, dieses Bild möchte ich heute mal mit dir, mit euch zusammen bearbeiten. Und ihr könnt mir einfach folgen dabei bei meinem Workflow und vielleicht könnt ihr dabei was mitnehmen. Viel Spaß damit! In der heutigen Folge gibt es auch wieder eine kostenlose RAW-Datei. Das heißt, wenn du in meinem Newsletter angemeldet bist, dann bekommst du oder hast schon diese RAW-Datei bekommen. Als Download-Link klick da einfach mal drauf, lade dir diese Datei runter und dann kannst du hier direkt mitarbeiten. Wenn du noch nicht meinen Newsletter abonniert hast, dann solltest du das auf jeden Fall nachholen, damit du in Zukunft auch diese kostenlosen RAW-Dateien bekommst. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ist alles komplett kostenlos. Du kriegst ungefähr einmal pro Woche, vielleicht auch manchmal nur alle zwei Wochen, ein Newsletter von mir. Da wird auf das neue Tutorial hingewiesen und du kriegst dann auch ab und zu kostenlose RAW-Dateien. Ich habe jetzt dieses Bild geöffnet. Es ist wie gesagt schon drei Jahre her, dass ich das gemacht habe. Aber meine Einstellung kann ich dir trotzdem mal verraten. Das waren hier ISO 100, Blende 11 und eine 80. Sekunde bei 14 Millimetern. Das heißt, ich habe das Ganze noch aus der Hand gemacht. Und bei 14 Millimetern ist eine 80. Sekunde noch völlig ausreichend, um da keine Verwackelung drin zu haben. Ich werde jetzt einfach mal loslegen und das Ganze bearbeiten. Ich muss dazu sagen, ich bearbeitete dieses Foto jetzt tatsächlich das erste Mal, denn es war damals nicht in meiner finalen Auswahl von den Bildern, die ich dann am Ende hochgeladen habe. Aber irgendwie finde ich es jetzt doch immer cooler. Und jetzt dachte ich mir, dann bearbeite ich es doch mal. Warum finde ich das cool? Allein hier dieser Vordergrund, der wird wirklich sehr schön abgerundet. Und man hat hier wirklich den kompletten Vordergrund, der hier so um das Bild herum geht quasi. Ich habe auch hier mit diesem Stein noch so einen schönen Abschluss hier an der Seite. Das gefällt mir also ganz gut. Und außerdem war der Sonnenuntergang auch echt schön, obwohl es hier auf der Seite relativ wolkig war. War das Ganze dann doch relativ gut dramatisch. Ich fange einfach mal an mit meinem Standard-Workflow. Das heißt, ich werde hier die Tiefen etwas aufhellen, um hier mehr Details zu gewinnen. Dann werde ich die Lichter noch etwas abdunkeln. Und somit kriegen wir einfach schon ein wenig mehr Dynamikumfang. Dann werde ich als nächstes die Alt-Taste hier drücken. Und das Ganze hier mit meinem Weißpunkt und dann auch mit meinem Schwarzpunkt machen. Das heißt, ich setze die Weiß- und die Schwarzpunkte hier. Und ich denke mal, so haben wir schon ein ganz gutes Ergebnis. Was jetzt noch auf jeden Fall auffällt, ist der Weißabgleich, der hier völlig missraten ist. Ich finde das viel zu magenta-lastig, das ganze Bild. Deswegen nehme ich hier mal die Tönung etwas raus, beziehungsweise drehe das etwas weiter Richtung Grün. Und vielleicht nehme ich auch noch so ein bisschen mehr Blau rein. Nicht zu viel Blau, es soll schon so ein bisschen in diesem Sonnenuntergang-Stil bleiben. Ich denke mal, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Ein bisschen Klarheit werde ich mit reingeben. Denn das Bild schreit gerade dazu, noch so ein bisschen Dramatik aufzubauen. Ein bisschen Kontrast gebe ich insgesamt noch mit rein. Und so ein ganz klein bisschen hell ich es insgesamt noch auf. Dafür die Lichter wieder ein bisschen weiter runter. Okay, perfekt. Ich denke mal, so kann man es erstmal lassen für den ersten Schritt. Vielleicht gebe ich noch ein bisschen Dynamik rein. Sättigung nehme ich ein ganz bisschen raus. Und so haben wir jetzt schon mal eine gute Ausgangsbasis für die weitere Arbeit. Mir fällt jetzt schon auf, dass hier der Horizont nicht ganz gerade ist. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal in das Freistellungswerkzeug reingehen, mein Winkelwerkzeug nehmen und dann den Horizont hier noch etwas begradigen. Ja, so gefällt mir das schon deutlich besser. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann kann ich eigentlich auch hier gleich mal so ein bisschen das Bild noch zurechtschneiden. Ich finde hier den Himmel schon sehr gut und dramatisch. Allerdings sollte nicht zu viel drauf sein. Ich denke mal, dass so ein bisschen mehr Vordergrund hier noch mit dabei sein sollte. Und jetzt haben wir schon fast hier diese Zwei-Drittel-Regel, die ich beim Fotografieren da jetzt nicht beachtet habe, aber in der Nachbearbeitung durchaus noch Sinn macht. Das heißt, zwei Drittel sind hier Vordergrund bzw. Boden und ein Drittel ist dann Himmel, so ungefähr zumindest. Dann ist das Ganze so ein bisschen mehr Panorama-Style. Gefällt mir so ganz gut. Ich drücke jetzt OK oder ich kann hier unten auf Fertig klicken und dann ist das Bild zurechtgeschnitten. Als nächstes gehe ich jetzt hier mal ein Stück weiter runter in die Gradationskurve und ich glaube, ich werde dieses ganze Bild so ein bisschen verwaschener darstellen. Das heißt, ich werde hier so ein ganz bisschen die Schwarzwerte aufhellen und die Weißwerte hier werde ich so ein bisschen abdunkeln. Und dann ist das ganze Bild schon ein bisschen verwaschener, aber den Kontrast baue ich dann hier wieder auf, indem ich hier so eine kleine S-Kurve reinzauber in das Bild und damit hier haben wir doch wieder ein schönes, kontrastreiches Bild. Obwohl es jetzt so ein bisschen diesen Used-Look hat. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennen soll, aber es gefällt mir so deutlich besser. Dann gehe ich noch weiter runter. Ich werde jetzt hier in den einzelnen Farbkanälen aktuell erst mal noch nichts machen. Ich werde jetzt erst mal rangehen und das ganze Bild schärfen. Dafür gehe ich mal in die 100%-Ansicht ran, werde dann hier den Betrag auf ungefähr 80 setzen, so mein Standardwert. Und dann zoome ich wieder raus, mache mit der gedrückten Alt-Taste den Maskierungsmodus an und werde dann hier wirklich nur die Kanten schärfen. Perfekt. Dann werde ich die Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberrationen entfernen. Durch die Profilkorrektur hier sieht man auch noch mal, dass dieser Horizont noch so ein bisschen gerader geworden ist. Und wir haben auch noch ein bisschen an den Rändern aufgehellt. Gefällt mir so schon sehr, sehr gut. Vielleicht werde ich aber trotzdem wieder so ein bisschen abdunkeln an den Seiten. Das heißt, ich werde hier so eine kleine Vignette wieder reingeben, um den Betrachter des Bildes einfach noch so ein bisschen zu lenken. Gefällt mir so schon ganz gut. Und so ein bisschen Dunst entfernen kann man hier auch noch machen. Ja, das macht das ganze Bild auch noch mal so ein bisschen poppiger. Perfekt. So, jetzt gefällt mir die Farbigkeit noch nicht so ganz von dem Bild. Und ich werde hier mal anfangen, das Ganze so ein bisschen in der Teiltonung einzufärben. Das heißt, ich werde jetzt hier mal meine Schatten nehmen und werde die so ein bisschen bläulich einfärben. Natürlich nicht zu doll. Also das sollte hier schon in einem gewissen Maß bleiben. Und dann die Lichter werde ich hier mal so ein bisschen in das Orangene einfärben. Ja, gefällt mir so schon ganz gut. Und was auf jeden Fall noch fehlt, sind hier so ein paar Lichtspots. Das heißt, so ein bisschen Dodge & Burn muss auf jeden Fall auch noch mit rein. Aber dazu kommen wir gleich noch. Hier jetzt noch mal nach oben. Vielleicht werde ich jetzt doch noch mal so ein bisschen was am Weißabgleich verändern. und das Ganze noch so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen mehr ins Orange ziehen. So ein bisschen wärmer das Ganze gestalten. Nicht zu warm. Ich denke mal hier so bei ungefähr 7000 Kelvin können wir bleiben. Und dann werde ich als nächstes hier den Radialfilter mal nehmen und hier so ein paar Lichtspots einfach noch setzen, um das Ganze so ein bisschen dramatischer zu gestalten. Ich habe jetzt hier auch schon die Belichtung eingestellt auf ungefähr eine Blende. Das ist immer ganz cool. Weiche Kante sollte auf 100 sein. Und die Maske sollte umgekehrt sein. Dann kriegst du genau diesen Effekt hin mit solchen Lichtspots hier. Man muss natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass die nicht ganz unrealistisch sind. Die Sonne kommt jetzt von hier oben oder von da hinten quasi. Und da sollte man schon so ein bisschen darauf achten, dass es nicht völlig utopisch ist, wo jetzt das Licht ist. Aber so ein bisschen willkürlich kann es natürlich trotzdem gesetzt sein, damit man hier einfach noch so ein bisschen coolen Effekt einfach im Bild hat. Ja, hier vorne gefällt mir das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Dann werde ich das Ganze hier mit einem Rechtsklick noch mal duplizieren. Vielleicht hier außen auch noch mal so ein bisschen draufsetzen, einfach auf diesen Stein hier, damit der auch noch so ein bisschen beleuchtet wird. Auch hier sehr, sehr cool die Geschichte. Dann werden wir hier auf jeden Fall noch einen reinsetzen. Genau, dass hier das einfach auch noch so ein bisschen beleuchtet wird. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht lassen wir ihn sogar fast doppelt hier da, den Effekt. Oder ich drehe dann einfach noch die Blende ein bisschen höher, beziehungsweise die Belichtung. Das können wir hier noch mal machen. Und dann wähle ich den jetzt hier noch mal aus und drehe dann auch hier die Belichtung noch mal ein bisschen höher. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann werde ich das Ganze noch mal so ein bisschen auf dem Wasser machen. Da allerdings dann deutlich abgeschwächter natürlich. Denn da sieht man diesen Effekt dann doch ein bisschen sehr, sehr stark. Deswegen gehe ich jetzt hier mal so ein bisschen runter mit dem Effekt. Ich denke mal so auf 0,85 ist schon ein ganz cooler Wert. So, einmal machen wir es noch. Und dann machen wir den hier unten noch mal so ein bisschen rein, dass wir hier einfach auch noch so ein bisschen Licht haben. Perfekt. Den können wir sogar noch ein Stück höher drehen. Hier mag ich den Effekt wirklich sehr. Genauso wie hier. Ne, hier oben, den wollte ich haben. An dem Stein da kann der Effekt auch ruhig noch ein bisschen stärker sein. Perfekt. Und vielleicht machen wir sogar noch einen hier nach hinten. Ja, das ist jetzt natürlich auch viel zu stark. Müssen wir deutlich runter reduzieren. Und das Ganze noch so ein bisschen kleiner machen. Aber so, denke ich mal, weißt du ungefähr, was ich meine. Ich werde jetzt auch noch mal einen kompletten neuen Radialfilter machen und hier noch so ein bisschen den Sonnenuntergang, die ganze Sonne noch so ein bisschen, ja, ein bisschen imitieren, ein bisschen stärker machen, indem ich jetzt hier den einfach nach oben setze, dann die Belichtung mal runternehme oder vielleicht sogar so ein bisschen dunkler, obwohl, nee, ich lasse mal von der Belichtung bei 0. Ich werde jetzt aber die Temperatur hier einfach mal noch ein bisschen nach oben ziehen und auch noch so ein bisschen Magenta mit reinmischen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht. Aber wir verstärken hier hinten einfach den Sonnenuntergang noch so ein bisschen, was ich ganz cool finde. Okay, dann sind wir auch hiermit fertig. Und jetzt hat das Bild schon deutlich mehr Tiefe. Durch dieses Dodge & Burn, was wir jetzt gerade gemacht haben, hat das Bild an sich schon sehr, sehr gewonnen. Wir können jetzt hier noch so ein bisschen probieren, das Wasser noch so ein bisschen, ja, einzufärben. Dadurch, dass wir jetzt hier die einzelnen Kanäle ansteuern können, können wir das auch ganz gut machen. Ich denke mal, dass ich hier auf jeden Fall das Aquamarin anfassen muss und wahrscheinlich auch die Blauwerte. Ja, das Aquamarin gar nicht so sehr, sondern eher hier die Blauwerte, die ich noch so ein bisschen weiter hier ins Aquamarin reinziehe und dadurch das Ganze noch so ein bisschen türkiser einfach wird. Das gefällt mir eigentlich so schon ganz gut. Gut, genauso werde ich jetzt die Blauwerte hier noch so ein bisschen aufhellen und genauso auch die, ja, nicht die Orangstöne, die sind ein bisschen, sonst machen wir hier hinten den Sonnenuntergang kaputt. Aber so ein bisschen die Grüntöne hier noch und so ein bisschen vielleicht Gelb. Ganz bisschen. So gefällt mir das schon ganz gut. Was ich jetzt noch machen möchte auf jeden Fall, ist nochmal so einen kleinen Verlauf hier zu ziehen. Von oben nach unten mit gedrückter Shift-Taste wird dieser Verlauf komplett gerade. Und dann möchte ich hier auch nochmal den Himmel so ein kleines bisschen abdunkeln. Nicht zu viel. Vielleicht nehmen wir jetzt auch hier so ein bisschen die Tiefen wieder raus. Beziehungsweise ich werde jetzt hier die Tiefen noch ein bisschen aufhellen wieder, damit diese Wolke hier im Hintergrund nicht zu dunkel wird. Aber so haben wir den Himmel insgesamt noch ein bisschen abgedunkelt. Und ich denke mal, wir können das ganze Bild insgesamt noch ein ganz kleines bisschen aufhellen. Einfach um hier noch so ein bisschen mehr Details ans Licht zu bringen. Ja, so gefällt mir das schon deutlich besser. Die Dynamik können wir noch so ein bisschen nach oben ziehen. Perfekt. Und vielleicht nehmen wir die Sättigung auch gar nicht raus, sondern lassen die einfach so. Denn dadurch wirkt das Bild ja wesentlich cooler und farbenfroher. Ja, so sieht meine Bearbeitung jetzt aus. Mir fällt gerade auf, dass hier das Ganze ein bisschen zu weit rüber ragt. Deswegen werde ich jetzt hier einfach nochmal reingehen in diesen Radialfilter und den hier so ein bisschen weiter noch reinrücken, damit hier keine Säume entstehen. Und genauso hier, der gefällt mir jetzt eigentlich auch nicht so sehr. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber wenn wir den jetzt hier noch ein bisschen kleiner machen, dann sieht das schon deutlich besser aus. Was ich jetzt zum Schluss noch machen möchte, ist einmal den Pinsel nehmen und dann hier Dunst entfernen, diesen Regler nochmal zu nutzen. Wenn du mein Video von vor drei oder vier Wochen gesehen hast, da habe ich diese Methode schon mal angewandt. Das heißt, ich möchte jetzt hier den umgekehrt quasi nutzen und noch so ein bisschen Dunst im Hintergrund hinzufügen. Einfach um noch so ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Dreidimensionalität reinzubekommen. Denn alles, was weit weg ist, ist normalerweise deutlich mehr im Dunst drin. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Belichtung, setze ich jetzt hier mal zurück und das Ganze hier auf ungefähr minus 20 setzen. Den Fluss und die Dichte, den kann man ungefähr auf 65 setzen, damit man das Ganze hier so ein bisschen langsam aufbaut. Und jetzt siehst du hier, wie ganz allmählich dieser Dunst mit reinkommt hier. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen nochmal drüber malen und ganz allmählich fangen wir hier an, Dunst zu kreieren im Hintergrund auf diesem Horizont. Ein ganz bisschen Belichtung kann man vielleicht sogar reingeben, einfach um das so ein bisschen zu verstärken. Und genauso kann man jetzt hier diesen Dunst auch noch so ein bisschen verstärken. Finde ich, sieht ganz cool aus. Mal gucken von der Belichtung her, da darf man es natürlich auch dann wieder nicht übertreiben. Aber ich finde das irgendwie ganz cool. Das wirkt noch so ein bisschen mystisch, wenn man jetzt hier einfach so ein bisschen diesen Dunst wieder reinmalt und diesen Horizont so ein bisschen im Hintergrund verschwimmen lässt. Genauso wie diese kleine Insel hier hinten noch. Die kann auch so ein bisschen im Dunst einfach verschwinden. Ja, das ist jetzt meine tatsächliche Bearbeitung gewesen. Ich bin jetzt also wirklich fertig mit dem Bild. Ich werde jetzt hier nochmal eine Vorher-Nachher-Ansicht machen. Also so sah das Bild aus vor der Bearbeitung. So sah das Bild out of cam quasi aus. Und wir sind jetzt hier gelandet. Ein wirklich großer Schritt, wie ich finde. Und das in auch einer sehr, sehr kurzen Zeit. Aber du siehst, welche Möglichkeiten Lightroom dir bietet, um deine Bilder wirklich richtig schön noch nachzubearbeiten, um da was richtig Geiles draus zu machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du Anmerkungen hast oder Fragen oder auch Vorschläge für weitere Videos, dann poste sie gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr da reichlich postet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und natürlich melde dich auch für den Newsletter an, denn da bekommst du immer mal wieder kostenlose RAW-Dateien, wie auch heute in diesem Fall. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.